So, zuerst lockern wir uns. Und jetzt gehen wir langsam runter. Entspannen uns. Und lassen einfach die Arme hängen. Jetzt gehen wir langsam, Wirbel für Wirbel, mit dem Oberkörper nach oben, so dass wir uns ganz langsam aufrichten. Und Wirbel für Wirbel spüren. Oben angekommen, bringen wir jetzt den Kopf auch langsam in den Nacken. Und führen jetzt die Arme seitlich vom Körper über den Kopf. Jetzt werden wir ausatmen und die Arme dabei entspannt nach unten schwingen lassen. Dabei lassen wir die Arme locker baumeln. Das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal. ausatmen. Otherwise wir haben wir das scientist, Zusammen. lasst East ��